ja herr willkommen mein namen ist anny und ich begrüße euch so let's play tales of hysteria wir sind im kampf gegen diese zwei ziegenköpfe hier und ja wir haben herausgefunden was mit sorel mehr oder weniger passiert ist er ist nicht tot er ist stehen geblieben in der zeit im feld irgendwie verändert irgendwie das weitere bosheit entsteht oder so ross ist jetzt in hirte und ja ich war es war im ausflipten der letzten folge und unsere truppen zusammensetzung hat sich schon wieder umgestellt und ich krieg zu machen das ist schon wieder zeit hier voll verschwendet wird und ich war ein eis teiler gibt es auch nicht einfach drauf paul wir sind offensichtlich ich konzentriere mich auf den kampf weiß nicht was mit euch los ist ich drücke wie ein blöder wieso kriege ich das nicht hin manchmal ich treffe den gar nicht kann das sein ich bin ganz getroffen vor ihm geht hat der so viel schon abgetaucht. Ich mag echt so wenig Schaden gegen den. Warum mache ich den? Warum werden die einfach nicht... ...gebt man? Stunlock, was weiß ich. Ich schlag die ganze Zeit an, aber bringt mich. Oh, danke. Nee, wie gut. Oh, nee. Oh, echt? Oh, blöd. Zauber, mach was. Wehe, ich muss die beiden gleichzeitig töten oder irgendein Scheiß? Wir sind noch nicht die letzten Gegner, ne? Luna ist ja auch noch im Hummelatschen irgendwo. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss irgendwas anderes machen. Mal Angriffskraft, äh, wer wird irgendwie so nix? Ja, scheiß auf Art Verteidigung. Ich denke, wie sowieso nichts. Aber bitte lasst mich jetzt euch wenigstens anlocken. Aber irgendwie war sein, dass ich keine Angriff von mir irgendwie was bringen. Ich greife die ganze Zeit an und es bringt mich. Das ist schon wieder so Sachen ein, die effektiv gehen, wie wenn ich. Oh, nein, Mann. Oh, nein, Mann. Oh, nein, Mann. ich sagte immer die soll sich auf den konzentrieren vor allem vorhin war der kampf voll einfach das habe ich voll probleme ja ich könnte vielleicht meinen dass er ein bisschen mehr abzieht aber nur wenn ich mir mal Okay, dann mach ich es selber. Ich werde nicht viel verlangen. Ja, sehr gut. Etna. Irgendwann auf mich konzentriert. Oh. Boah. Also. Vor allem war der Kampf nix, ne? Ja, okay, jetzt sind es zwei, trotzdem. Mir irgendwie mehr Schaden gemacht und was weiß ich. Ah, das macht doch mal ein bisschen Schaden. Äh, gibt es doch einfach nicht noch nicht. Wer ist überhaupt nicht zielen sollen, Etna? Dagegen ist der finale Kampf gar nix. Mal ganz ehrlich. Dagegen ist der Kampf gegen den Finstertürtel nix. Oh mein Gott, ey. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch ne gute Idee, war. Wo dann... Er... Ich komm nicht mehr zum Angreifen. Ich kann nichts machen. Joa.. Ich wird die ganze Zeit hier kaputt gehauen. Boah. Alter, ey. Junge. Wir sind schon wieder Leichtton. Oh mein Gott. Leute. Jetzt haut doch mal hier ein. Aber in der Verteilung hast du eigentlich. Nix hast du in der Verteilung. Das war 5.000 Jahre. Oh mein Gott. Ey. Was ist hier auf einmal los? Irgendwann ist es mit Verteilung. Oh ey. Da hab ich immer so schnell kaputt gehen. Ist doch nicht. Meinen ganzen Tränke des Lebens. Ich kann gleich nichts mehr machen. Etna. Oh. Das geht so einfach nicht. Ich war mit einem Schlag wegkauen. So. Hau sie jetzt mal kaputt. Das war Welt. Und Rose. Das war Rose. Aber oh wait. Ich sag ja. In den letzten Momenten müssen wir da voll Probleme haben. Wie hiermit mal. Ja damit. Ja damit. Na ja. Da wachst du einen Kampf hier. Da kann ich so schwer sein. Okay. Hallo. Ich würde mal machen. Eine Wüte. ich weiß nicht warum der Kampf so schwer ist ich weiß nicht warum der Kampf so schwer ist ich weiß nicht warum die effektiv ist die ganze Zeit geil noch mehr gleich bitte einer ist gleich weg er sagt mir nicht der eine kann den wiederbeleben oder irgendwie so ein Scheiß ich will mir jetzt den Tag verlieren nein er kann es wiederbeleben voll leck mich mach mich so ein Scheiß jetzt hier ich muss sie beide erledigen ne vor allem warum habe ich jetzt gar keine Probleme mehr gegen die vor allem wurde ich die ganze Zeit erledigt ne jetzt nachdem er nur noch 1-2 HP hat ne kein Problem wenn der Kampf vorbei ist ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich das vor allem ist ich weiß nicht das war ja ich weiß nicht nicht Ja. Ich werde die ganze Zeit sagen Mikleo. Ah, okay. Nefantum? 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 Welcome! Oh, hey. Das hier Kräftig doch, Mann. Boah. Kräftig doch. Nein. Nein. Das ist, glaube ich, der schwerste Kampf bisher. Oh, das darf ich noch mal treffen. Da war ein kalches Getreffer, okay. Nacho nur 1000 Punkte, das ist irgendwie so, weiß ich nicht. Diese Kombi bringt irgendwie als einziges was abstecken für. Der Angriff landet hier. Bitte sagt mir nicht, ich muss die Zeit gleich ergeben. Das wäre ja richtig krass. Soll ich ein Datt jetzt schon schaffen? Also für so einen Stress habe ich jetzt keine Zeit. Ich will einfach irgendwo ein Schabti verlaufen. Weil, wie lange das dauert, bis ich hier einen erledigen, ne? Mit einer Kombo irgendwie macht ein 1000 ab. Also ich muss noch 37 Kombos machen. Geil, was? So konzentrierten sie jetzt nur noch einer auch nicht. Warum hast du dich jetzt hochdruckt, Guide? Alter. Könnte ich jetzt nicht von ganzen Partien in blödem Kampfer spenden? Tja, das ist ja ehlig. Also ich zie schon mal. Du bist ja ehlig. Und du schützt. Ach was? Ich lege. Oh. Entschuldigung. Ich lege. Ich lege, ich lege. aber 38 und herr aber eine lüte beide ein einer kampf dort viel länger als eigentlich sein legt echt nur an den schwierigkeiten habe ich so wenig abziehen weil mich jetzt schon die ganzen angefallen die effektiv gegen gewinnen also was hier einfach 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 deswegen jetzt wenn ich droht man kann mich mal so viele tränke ein bisschen hinten bleiben nein ihr beiden dürfen nicht nein nein ich bist aber auch leicht was war hier da wäre ich sogar bauch und die beiden gleichzeitig zu erleben Oh, der kann sich nicht mehr hochhalten. Doch, keine Ahnung. Der wird langsam lächerlich. Ich muss sowas von den Sanko einsetzen, um beide zu erlegen. Alter, wir sind jetzt 20 Minuten ja am Kämpfen gegen die Machen. Sie hat immer noch nicht ihre Erden hineingesetzt. Das ist einfach nicht. Oh. 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 Wohin, ich hab gesagt, Kampf, ne? Was hat er, kann ich? Da setzt eure blöde Guinness ein, ja. Oh, komm schon. Oh. Den ganzen Park ziehen, nur gegen die Kemp. Warum seid ihr denn nicht verbunden, ey? Was machen die denn da? Nein, Zaret, du darfst nicht sterben. Boah. Da wurde abgelehnt, das Item. Willst du mich verarschen? Oh mein Gott. Ey, das ist jetzt nicht wahr. Boah, jetzt hat... Ohohohohohohoho. Jetzt kann ich zerwelt mich wieder belegen, geil. Da quatsch ich grad so an. Ja toll. Jetzt haben wir so gut wie gewonnen. Das hätte man schaffen können, ja, super, es ist in der Folge, halt. Alter, gibts doch einfach nicht. Über Scheinertal, komm. Da muss ich ja unbedingt fighten, wenn ich die Lüte, ne? Oh. Oh, oh. Oh naja, eine Lüte. Oh, zieht da gar nichts ab. Oh, mach den fertig. Noch eine. Das ist bei der Lede. Meine Güte.